Hi und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Epcelest und heute möchte ich euch im Spiel Swap the Box USA die Welt San Francisco vorstellen. Ich befinde mich im ersten Level und zeige euch, wie ihr es mit einem Zug meistert. Okay, ich fange einfach an. Also der Zug wäre die Kiste hier unten in der Mitte mit der links daneben zu tauschen. Das machen wir. Zack. So, jetzt haben wir es geschafft. Im nächsten Video seht ihr Level 2. Bis dahin macht's gut. Ciao.